Mal weiter was noch an Missionen. Warte, du musst einen fahren lassen. Ja, aber sowas von. Die Gasfabrik hat gesprochen. Ja, genau. Läuft. Ich glaube, der Tür geht jetzt gerade rund, oder? Ja, warte mal. Ich warte. Hä? Ich habe einen Grafikfehler. Okay. Ah, ne. Ah, ich habe es kapiert, was es ist. Ist das kein Grafikfehler? Hier scheint ab und zu der Mond durch. Hier scheint der Mond durch. Ich guck mal, wo der Mond ist. Wo müssen wir... Also zu eins, oder was? Ja, genau. Da ist die Gasfabrik. Wo ist denn der Mond? Ich suche ihn. Hallo, Mond. Manchmal wird der Herrmann im Mond für seinen treuen Dienst belohnt. Komm her, zieh mal nur die rüber und freu mich. Unglaublich. Der Mann im Mond, ey. Mit den Motten. Na, ist schon ein bisschen her, das Lied, ja? Also Lali, du, nur der Spanner im Mond schaut zu. Äh, nein. Lali, du. Das war Heinz Rühmann. Ach, du heiliger. Das andere waren die Prinzen. Ach, stimmt. Ja, richtig. Meine Fresse ist das so lange her. Die CD habe ich noch. Ja, ich glaube, ich habe alle CDs bei mir verbannt in so... Keine Ahnung, da gibt es noch diese 50er Packs für Rohlinge. Die, glaube ich, alle da drin gestapelt. Ich habe irgendwie drei Packs oder sowas. Obst du da ist, Mond? Ja, aber der hat bei mir keinen Blendeffekt. Warte mal. Ist er los? Grafik, Digga. Nutzer definiert hoch. Schattenqualität... Oh Leute, es gibt ein Ultra. Qualität des Voluminitrischen Nebels. Ist noch mehr. Motion Blur ist aus. SSIO. Globale Beleuchtung läuft. Musst du schon wieder hier einen auf Terror machen? Jawoll. Warte mal. Apropos Terror. Grafikkarte ausziehen. Boah, ausgerechnet jetzt kommst du. 2. Save. Minimals. Und ab dafür. Zack. Und weg. Was hast du da weg gemacht? Yeses. Okay. Wo kam der denn her? Na, das war so eine... Snipe-Can. Großkalibriges Snipe-Teil. Ein Schuss. Macht aber ordentlich Bums. Neue Mission. Uuuu. Uuuu. Tack. Tack. Tadada. Tadada. Huch. Wer bist du denn? Huch. Was hat... Alter, was? Was hat dir der grad getroffen? Huchten. Okay. Bums. gibt es hier drin aber was interessantes sieht nicht so aus aus an bagasseflaschen hochjagen so was irgendwo rum ist das ziemlich ich glaube irgendwo ist ein großer unterwegs das bittest du dir ein da ist er ja muss auch alles anlecken was du findest ja so in der serie schütt das habe ich schon was hast du das ist eine teil habe ich schon zum glück nicht tief was war was sie doch unter segeln der nächsten schon ich glaube ich bin jetzt ein bisschen überladen du bist du kronisch langsam bin ich mal abend ich glaube ich schleppe zu viel munition mit mir rum es ist eine munition ist es in dem game hat echt ein problem na auch schon da ja jetzt schon wieder hin darüber hin zu einer lupe dackel 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 ok dazu gibt es zwei ziele ich finde es ein gtfo um ein vielfaches schwerer die ziele zu finden du musst a musst du auf sämtlichen scheißtür lesen was draufsteht von b ist die map also für anus manchmal im bunker bin schon auf dem weg schock in meinem punkt mitten in berlin ja ich glaube ich glaube hier gibt es einen zweiten eingang schlüssel wenn man nicht vielleicht gibt es denn hier in der bude was sind gleich für die kate was ist die käfer sind gleich wieder die kate also weg für was nochmal habe ich schlüssel knacken ausgerüstet wenn ich es eh nicht kann unfähig begrüße sie hier müsste noch irgendwo noch ein seiteneingang sein glaube ich da war aber was drin gewesen aber ich komme auch nicht rein ich auch nicht vielleicht weiter hinten was ja 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 so offen hello ich glaube ich habe mit 6000 munition beim sturmgewehr hast du gerade anzugeben nein da gehen gasmaske habe ich dir jetzt an oder habe ich sie nicht an die gasmaske doch so wird mir noch angezeigt dass da was zu holen ist müssen wir vielleicht die tanks da hinten in die luft jagen oder ich glaube eher nuten keine ahnung wer hat mein tag in die luft den habe ich gelootet den hier noch nicht ich dachte hinteren kann man nicht in die luft jagen ok alles besseren belehrt und so ich glaube ich habe es nicht an die luft jagen oder nicht an die luft jagen oder nicht an die luft jagen Ah, das war's. Ach, ist das wieder die Geschichte, wo man die Dinge hier drinnen in die Luft jagen muss. Ja, das machst du am besten nicht, wenn wir hier drin sind. Ja, ich habe eh keine Granaten mehr. Du brauchst keine Granaten. Sondern? Baba hat schon alles dabei. Okay. Ah. Na gut, mit dem geht es natürlich auch, ja. Nee, geht nicht. Nicht? Geh mal raus. Na toll. Wim! Ja, mich hat es gerade gut erwischt noch. Ja, das sieht doch ganz nice aus. Ja. Band die Bude ab. So, mit der erste Hilfeset knabbern. Goodie. What now? Das war's. Ah, okay. Das war's hier. Was habe ich noch an... Da oben gab es noch nicht, glaube ich, nur den Ausgang. Ja, sicher. Warum ist es nur ein Ausgang, oder was? Ja. Wie beim letzten Mal auch. Da waren wir es jetzt mal. Ah. So, hinter dem Vorhang. Hauptmission. Wir walken zu Hermelin und danach geht's da hin. Das Kommando-Bunker-Netzwerk. Was? Ja, der Witz ist bei mir komischerweise, dass er mir die Start... Also die Intromission zum Teil wieder rausgekloppt hat, dass ich sie nicht gemacht hätte. Warte. Also die Heimmannschaft beispielsweise, ne? Ja. Jetzt ruhig bleiben. Okay, die Mission sehe ich nicht. Also ich sehe vor mir hinter dem Vorhang, da wo ich jetzt gerade bin, bei der oben. Ja, das ist der Schluss. Der Vorhang ist der Schluss? Ja. Ah, okay. Dann knicken. Dann setz du mal deinen Marker von der 1 irgendwo hin. So. Hab ich... Auf der Insel... Ich setz noch mal einen Wegpunkt. Wenn nicht... Unterschlupf... Testweg. Das ist ziemlich... Links auf der Insel. Was hättest du davon, wenn du einfach mal hinwobbst? Kann ich, ja. Und dann siehst du es, wo ich hin bin. Okay. Jetzt sag mal, blödes Ding. Schnellreise. So. Was ist denn da? Was ist denn da? Mhm. Ziemlich, also links neben der Startinsel. Toll. Okay. Achso, du hast den Unterschliff vom Leuchtturm nicht? Doch. Den habe ich auch. Ist doch kürzer. Nee. Hä? Oh ja, gut. Wir können mal Wettren machen, komm. Auch egal. Nach Recycled Box haben wir hier nicht, ne? Keine Ahnung. Ach lol, jetzt bist du zu mir geworbt. Ich wollte ein Wettren mit dir machen. Na gut, ich kann auch wieder zu dem anderen machen mit 321 los. Aber äh, äh, ich, äh, wollte erst mal schnell noch, äh, bei der Box was loswerden. Okay. Äh, dann tue ich den Kram hier rein. Du sagst, du sagst, was los geht. Ja. Hm. Dann wird das weglegen, die Spritzen behalte ich. Alter Junkie. 5 Funkgeräte brauche ich auch nicht wirklich mitnehmen. 2 Reichen. Ich brauche noch wieder ein paar Funkgeräte, weil ich bin ja seit unserer letzten Aktion ein bisschen deplietet. Da kann ich Abhilfe schaffen. Jo. Habst du mit? Dann nehme ich das doch mit und dann gebe ich dir welche. Na? Weil ich hab insgesamt noch 20 Funkgeräte zur Verfügung. Erkomme sie zu. Da. Kann losgehen. Alles klar. Und ab und ab. Boah, kacke, ich muss über den Berg. Hahaha. Hahaha. Das wird scheiße. Und ich hab gleich ein Anhängsel. Hast du? Ah, Anhängsel doch nicht. Okay, sehr schön. Ah, Berg geht ja doch relativ easy hier hoch. Berg ruft. Ruf zurück. Hahaha. Auch schon ein paar Jährchen her, das Lied. 1994. So eine Scheiße. Das war nämlich auf meine ersten Bravo-Hits Best Off, die ich mal geschenkt bekommen habe. Damals war Bravo noch echt Bravo. Oh, ich sehe Blaulicht. Oh, ich sehe Blaulicht. Oh. Und tschüss. Alles, was ich mir in den Weg stelle, wird gnadenlos erschossen. Achso, verstehe. Oh. Lauf, Forrest, lauf. Wer darf. Wer darf. So. Ich auch. Äh, ja. Ich bin schön mit dem Fahrrad gefahren. Drecksack. Hahaha. Du Sauhund. Achso, ich glaube, der hat keinen Bock auf mich. Da muss es wohl noch einen Seiteneingang irgendwo geben, he? Was denn? Ja. 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 Oh, tschüss. Oh, dahinten kommen Fans. Fans? Ja. Na kommt. Wo bleibt denn hier? Arter Zeiter, ja. Na dann. Hä? Bist du jetzt? Ach, du bist in den Karton. Ich bin im Karton. Hört sich lustig an. Hä? Wo ist denn da? Wo ist denn da noch einer? Ah, daneben. So. Das war's. Hä? Da ist noch was. Das war's. Alter, das ist nicht viel Zeug. Hä? No. Ah. Ich habe einen Zugangscode. Ich habe drei inzwischen. Oh. Das Spiel ist echt für Idioten gemacht manchmal. Nein. So, Horst, lasse ich mal scannen. Hm? Mal gucken, ob du mit deinem Scheiß reinkommst. Ja. Gleich. Ne. in einen nur noch und dann. Hm. Nix. Der ist hier, der Bunker. Wessler? Das ist doch. Das ist der. Jawoll. Desam öffne dich. Na, da. Horst musst du ansammeln. Na. Es gibt übrigens noch DLC zum Game. Also mit einer Folgemission. Mhm. Du hast dich genauso begeistert an wie ich. Mhm. Lass mal das eine fertig kriegen. Auf Gottes Willen, was hindert dich denn daran? Das ist überhaupt nicht mehr viel zu tun. Ja. Hä? Ich war auch okay. Wenn wir uns ein bisschen beeilen, sind wir heute Abend beim Endboss. Hey, was ist denn mit Tischen? Ja, Bobolex, gib Bildschwein. Erstens x 2. Blong. Tch, 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 tch. Ähm. B template chaotic house. Runter. Oder wo gehst du hin? Runter. Ah. Zweimal runter inzwischen. warte doch mal auf opi ist nicht so schnell meine ganzen vollständigen pfeiler so viel falsch machen kannst du ja doch nicht mehr und aus dem ist der scheißknüppel immer an der gleichen stelle in dem kackbunker ein paar kämpfen abgeschossen der große hier gibt es glaube ich nicht meine kappe doch sonst hab ich auch nichts mehr drin gefunden aus seiner kiste nach vogeldunst geweck warum heißt es eigentlich vogeldunst macht der vogeldunst aus vögeln die munition ist wirklich eigentlich da für vögel also ja das konnte ich den namen schon ableiten aber meine frage war gewesen macht der macht der dunst aus vögeln deine synchro ist echt gut find das immer lustig wie sich das anhört ich habe mich eingesperrt lasst mich hier raus kommst du nicht raus hierzu ja ich würde sagen aber wir müssen wieder hoch ja so alter guck mal hier in der waffenkiste das drei neue mission bekommen nicht eine andere waffe das ist eine drohne wo außen automatgewehr 4 level 1 und tschüss das weiß ich nicht das ist eher so lach normalen story ach moment du wolltest doch funkgeräte ich wollte von geräte ich wollte hause telefonieren mein name ist die die kippel ist die namen gibt ja keine ahnung gibt mal genau fünf stück so dass wir reichen bitteschön ich habe ja noch 20 so wie viel nehmen wir noch einmal mit drei stück reichen erst mal stimme ich habe noch ja ich habe noch die akk fällt mir gerade ein die akk allerdings magi ja wenn ich über alles so voll wäre meine herren ich könnte mal so ein paar seien ich glaube ich mal aussortieren vielleicht mal davon müsste ich doch so so hab hier noch panzerbrechende machen wir die erst mal her und dann nehme ich wieder vollmantel genau ein vogel dunst kann gleich fort tschüss 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 die vogel so hab ich denn da gerade wieder aufgenommen dass ich wieder so hart überladen bin ey immer das gleiche ich muss kurz meinen inventory check machen weil ich für munition brauche ach stimmt ich habe noch die mp5 was fristen die eigentlich weißt du das war das nicht warte mal ich überlappe mich grad mal absichtlich und gucke einfach mal hier gestanden mitnehmen ist eh ich gucke einfach mal gerade was wohin passt könnte gleich sein dass ich mich null bewegen mehr können das wirst du gleich merken ja ich kann ich definitiv nicht ist sehe ich jetzt schon ich habe viel zu viel zeug gerade an mir kleben dann tue ich die ak auch noch karten mitnehmen sag mal der ak mit fünf stern hast du oder ja das ist ja diese 76 ja genau mit fünf sternchen habe ich ja danke ich habe davon zwei man sie bekommen sogar ziemlich gut ausgerüstet mit schalldämpfer und einem pipapo das einzige was ich nicht habe ist ein sichtmodul dafür macht ihr auch nicht damit ja geht also mit der spiele ich jetzt aktuell die meiste zeit sogar natürlich jetzt mal die waffen durchgehen weil ich mit einer mp5 würde ich eine ak bevorzugen wenn ich ehrlich bin aber einfach nur ich bock auf die knarre habe ich bock auf die knarre habe leider kein dingsaufsatz schade ach so ne das machen wir nicht das machen wir das sichtmodul geht damit nicht schade kein magazinergänzungselement ich habe schalldämpfer oder lauferweiterung was mache ich damit deine verursacht mehr schaden wie meiner oder habe ich mich eben verkuckt guck nochmal ein komischer stuhl ist leider ein bisschen im weg ne ist doch gleich dann warst du eben davor auf irgendeiner anderen waffe ja das kann sein ich tue gerade mal die zweite ak ausrüsten alles gut mal zu gucken ob die akars mit oder was nein ich gucke nur ob den irgendein unterschied haben aber meine vermutung ist dass die dass sie identisch sein müssen ich weiß jetzt so viel ich habe so viel kletterer dutch an zwei drei ecken ich habe insgesamt fünf waffen die ich mitnehmen dein schön brennball schläge super meine experimentelle pvg 90 dann die halbautomatische cirquest was fristen die mp5 ich glaube die nimmt das 5 56er meint so meine ja ja ist doch eigentlich wenn du drauf gehst steht auch meistens dabei was die schlucken ne ich sehe es nicht nee ich meine wenn du auf die waffe drauf gehst bin auf der waffe drauf steht nicht da neun millimeter wo wer lesen kann es klar im vorteil ich versuche zu lesen aber wo soll ich lesen die haben weitesten verbreitete maschinenpistole der welt neun millimeter es ist gerade okay dann war das zurückbaubs gegenteil millimeter das ist ganz erbrechende mps maschinen genau wenn du davon noch munition haben willst kann ich mit ihnen ich habe noch ein bisschen nur millimeter aber nicht viel das wusste ja so das kann ich mal mit noch gelegt voll mantel munition habe ich noch einiges für die gegenstand gegen ist hier habt ihr mal was hingelegt ich muss mal kurz gucken dass ich hier die chirurgie persönlich ja in 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 dein rucksäckchen hier mein rucksäckchen ja wo du deine dein jagdgewehr rein hast was sehen da meine augen eine recycle box session ich glaube ich muss wieder gucken dass ich mehr textil ein sammeln dass ich wieder erste hilfe setz erstellen kann diese sortierung werde ich niemals schnallen das ist ich finde das so zum henker es ist wie schiffe versenken wenn du einen weg hast dass sie ja keinen anderen platten aus gut okay dann habe ich gerade mal das inventar durchstöbern ob ich noch schwachsinn habe raus aus anhandel dietrich vier stück hier passt dann gucken wir mal schnell zu menschen rein was wir da haben fünf fünfzig und neun fünf fünfzig neun und sieben sieben 50 der kann weg das kann ich sogar brauchen lol ich habe nur eine glauke ich habe in meiner box auch noch eine aber ich ich hatte eine ausgerüstet wie bitte ich hatte bis eben gerade nur eine ausgerüstet okay deswegen zack und schrecklich direkt wieder überladen so freue mich welche baller ich jetzt wieder weg ist es echt schwierig ganz halbricht nomination ich glaube deswegen kann ich gleich ballern das hat jetzt aber echt gebracht wenn du für die sniper bmg 50er zu viel hast also die ist immer gefühlt am rasten da habe ich noch 50 also 501 munition habe ich da davon okay das ist deutlich mehr wie ich habe das doppelte ungefähr hast du sonst nichts hast du brauchst du fünfer munition wenn war habe ich gar nicht immer einsatz 7 7 habe ich aber ich sage mal panzerbrechende munition davon habe ich gerade noch 3664 und die vollmantel da habe ich noch über 6.000 denke mal das dürfte erst mal reichen das muss denn dann ach ja aber wenn du mal hier ich habe das würde ich hingelegt ich habe immer noch zu viel das ist echt nervig ah granaten das ist schön da habe ich nämlich keine mehr dachte ich mir auch granaten benutze ich nicht brennstoffzelle auch nicht nur signal fackel selbstklebend auch nicht vollmantel 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 ich habe noch 14 9 mm für deine panzerbrechende warte mal hier drin geil geil was recycelst du ich habe eben gerade ich glaube alles mögliche an fünfer munition recycelt weil es noch vollmantel war und habe meine lagerbox direkt damit überladen sehr gut nicht mal mein problem läuft muss ich mir zu helfen wissen so von mir aus können wir weiter jup so wo geht es da kann man die mp5 ausrüsten ich habe noch nie mit der geballert wird macht Zeit der erste kontakt warte mal ok ah hier ist es der erste kontakt was spielst du mit der star trek John Luke wie war schon luks borg name no kudos oh gut gemacht nicht schlecht that's right 30 mal 30 schuss im trommel ey so ich bin ein star lasst mich hier raus äh propos rauslassen ich walk mal hier zum unterschluck mit der schnellreise von hesquick das ist wahrscheinlich gleich rechts hier bei nesquick aber da gibt es nämlich zwei zwei fette ziele am start wer ist gestorben nesquick ganz dünnes eis momentan ey auf die habe ich gerade irgendwie ein bisserl ah nicht direkt hass aber die haben die rezeptur geändert die plöre der kakao der schmeckt jetzt sowas von widerlich ja eigentlich ist der nestle ne nestle ist ja so allgemein irgendein bisschen strange gesegnet die ganze zeit ging es und jetzt haben sie mal wieder die rezeptur geändert jetzt ist da irgend so ein komisches hafer zeugs mit drinne mhm hafer zeugs hat meines erachtens im kakao nichts verloren ich merke schon du gehst zu den anderen punkten ja so was hast du für welche ich habe einen anderen ich wäre jetzt zum ersten kontakt gegangen ach so du gehst gerade zu den anderen beiden kein seft adi oder geber 21 warte mal wo sind die wo sie 1 ach lol ja nee auf keinen fall gehe ich da hin sauf weit weg also wir können uns ja nach zum bauernhof beamen eben also das machen wir ein bisschen nachweiliger beiden punkte sind gerade nämlich hier in der nähe oder was die punkte nicht kein problem können wir machen bin schon auf dem weg ich könnte hier die idee die idee in den kampf getreten aber ich kann es ja nicht gerade ausschießen aber ich gehe mal kurz waffe wechseln nachladen das manchmal weiß ich nicht ob ich das spiel dafür hassen soll wo bist du schon wieder ich bin habe ich kurz ein kleines bisschen zurückgezogen ein thema alles weil ich nämlich körpern morse saturn fokus ein bisschen verändern muss es ist manchmal ist es echt schwierig irgendwas zu spielen bleib da mal stehen wenn ich auf die schieße mensch gerade schießt auf dich und trifft mich finde ich finde ich gut so gehen wir mal runter so 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 aber weg gehen weg gehen raus 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 genau so jetzt muss ich hier drin bleiben bis er seinen scheiß sex auf gesagt hat so 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 doch raus ja da drin ist was in der richtung wo bin ich manchmal kann ich nicht sehen wo du bist du fährst du führst ja nee ist klar klaus bist du ja 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 ich ja 6 ab Oder gab's da unten noch was? Nö. Hä? Hä? Ich krieg da noch was angezeigt. Was denn? Oh ja, ich auch. Hm, aber das ist glaube ich nicht unten. Nope. Nö. Drei Burger und das was du willst. Hier rein. Oder? Ja. Oder? Hier liegt was. So. Zack. Mitgenommen. Oh. Ja. 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 Oh. Mit der Gasmaske aufziehen, hä? Ach ja. Irgendwie sowas. Ich verzichte inzwischen auf die Gasmasken. Ja. Hier ist noch was. Zack. So. Oh. Irgendwie kriege ich in der Richtung aber noch was angezeigt. mit einer Batsche Händchen. Laufen zu Punkt A, dann wieder zu Punkt B über Punkt C. Mal nach Zahlen. Ähm. Ist das da drin oder was? Ah ja. Aber logisch. Achtung, gleich wieder überrascht. 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 Nö. Jojo, was der hell ist going on. So. Fertig. Bunker clear. ich würde sagen wir können direkt zum zum bauernhof warpen wieder schnell gereist bin schon da hast du mich ja nicht im mts angeschrieben sehen noch eine reiter karte von dir ja hatte ich dann habe ich nicht registriert auf das was du mir geschrieben hat das tatsächlich geantwortet das ist übrigens öffentlich also wenn du wenn du wake up call machst dann wird im channel öffentlich gepostet auch wenn ich dich direkt dann nicht ja ich habe dich direkt ja ich weiß aber ich habe dich ich habe mich ja angestuft und das wird ja auch nicht gepostet das hat dann jeder gesehen das spiel zumindest jeder der auf den links achtet auf den auf den chat verlaufen ich will darunter mann der eine will da rein der andere will daraus der andere will darunter mit der gummibärchen sagt check wenn ihr war wieder großzügig heute ja wohl eher bei dir bei mir nicht also das ist mir auch noch was über mit schwierig da hoch zu kommen ein kleines bisschen von oben super ich auch gleich ja wohl schon da immer fest ausgemächte was haben wir dafür eine schöne burg da waren wir doch schon gewesen da waren sogar mit wertschutz verdammt es gibt nicht bla 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 vert schicken bla 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 weg oh der ball hat mir da einen rücken ich sehe nichts so hier da ich glaube ich habe es eingesammelt ja wir haben einen neuen wegpunkt kann direkt weitergehen ab zu 2 die mir ab oder was jetzt jetzt ist der geilste ich habe etwas übles gemacht das ist ich glaube ich mache das nie wieder ich habe angefangen zwiebeln zu pürieren und die tomatensoßen zu geben sowas ekelhaft das haben schon lange nicht mehr gegessen nein ich glaube da gehe ich besser doch nicht runter hast du kochones genug gehabt darunter zu gehen ich habe mal geschaut wie es da aussieht aber und schlecht und sie texturiert ausgeht habe ich recht das überlebt man nicht überleben wird in diesem game und und tot jetzt komm ich habe auch noch deswegen stellen wir uns zu haben hey ich bin nicht gestorben ein artillerin safer sehr hallo wissen wissen dings dann hat nicht holspitz kannst du behalten noch einer ohne fahrschein das ding haben wir das jetzt nicht geklärt auch nur haben wir nicht da da ist der spaß immer aus dem weg weg von dem container hat es gemacht und weg ist so also nicht geklärt okay was was zum geiler fehlt hier noch warte da ist was noch aber hier sein bauplan im container oder was ja den bauplan direkt an der wand hat er geklebt schön ich habe nicht wahrscheinlich lassen jetzt durch mich eingesammelt kann sein so erstmal kurz überlegen was ist da los ja doch jetzt ist er geklärt so was macht man als nächstes over and out links unter schluss haben tos pro an solo das ist die schnelle sind verfügbar ist wieder überladen wenn wir da nicht mit dem krampf aber mit wehten ich kann hinreißen da oben irgendwo das jetzt noch eine ziege aus dem kampf geflohen ja gut das ist doch mal nice ja was sehen wir den entzündeten augen da jetzt kann ich über das wasser laufen so geht es hier lang das ist glaube ich noch ein alter punkt von mir so habe ich mal blindlich so wohin geschossen man irgendeiner ist noch hinter uns und nervt da hinten noch mal eins noch mal zwei auch weg jetzt haben wir ruhe von hinten stress von vorne und dann und dann und Okay. so wer hat noch nicht wer will noch mal schon wieder nach unten aber das gleiche hier, ich sag doch ok, das war informativ haben wir besuch herein ok oh leil, der Schloss knackt das kostet ja nicht, wenn hier auf der anderen Seite die Tür offen ist ich habe es trotzdem miss gemacht lass doch das schöne Autogons ich habe gehört dazu gesagt schön na da so, next please ähm eh tja, wir sind nur noch ein, glaube ich hinter dem Vorhang oh, da ist so staubig ja, das Kommando Bunkernetzwerk, das ja, das ist jetzt mal Wegpunkt ja, da müssen wir in verschiedene Bunker Zorken, Uttern und Hermelinen weil da fehlen noch die Feldbezugpläne Hermelinen Hermelinen Jo Hermelinen sag Hermelinen und drin bin ich äh ja ah ja schnell reise reise er schnell so, setzt trotzdem mal Wegpunkt, weil ich habe kein Schimmer wo du hin musst ich sehe es wirklich nicht ach ja, äh, warte mal Feldbezugpläne ist doch klopft an die Tafel oder? ja 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 dann klopft man die Tafel meine ruhig 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 ins Körbchen ruhig so an die Tafel geklotzt ja gut ich habe nichts ja, ich habe auch keine neue Mission, sehr gut dann äh Bunker suttern äh hell war das ein sutterig kann ich denn eigentlich hier irgendwo scheiß einen ausknipsen? das geht wahrscheinlich gern und gar nicht ah, schade Sorgen und Uttern Sorgen und Uttern ich bin mal futtern hm hm minken äh ja Madame Min trifft nochmal ah ich habe den Uttern ja das ist erstmal Wegpunkt da ich mach mal eine Schnellreise am Start ja Madame Min äh gleiches Spielchen jojo ho ja irgendwie dampfst es dir ganz schön du okay ich habe keine neue Mission bekommen ich auch nicht so jetzt müssen wir nach diesen Bunker Sorgen Sorgen Ich begrüße sie, wieso bin ich im Krampf? Alle meine Sorgen. Ah, ich hab ihn. Gott, warte kurz, ich mach den kurz hier weg von der Tür. Ist das, was du melde? Nee. Das ist mal ein Punkt. Jetzt heißt es bei mir, bin im Kampf. Oh, ich auch schon wieder, ey. Was ist denn da schon wieder los, ey? Ja, mach mal trotzdem Wegpunkt. Hab ich schon. Ach so, sehr gut. So. Immer noch. Sag mal. Aha. Ah, Kampf gewonnen. Sehr schön. So. Jetzt sollte es gehen. Ein Krampf. Und Mann. Das heißt bei mir immer noch im Kampf. Oh, wieder im Kampf. So. Was? Oh, scheiße. Hier ist ein Ohr, was undicht ist. Okay. Ja, irgendwie sowas. Immer noch im Kampf. Ich sag mal. Kampf gewonnen. Im Kampf. Yay. Yay. Nein, ich will die Tür aufmachen. So, räum mal weg den Mist. Sehr realistisch. Ja, klitscht mal schön durch. Mhm. Und löschen works. No. So, warten jetzt. Im Krampf. Wer nervt's hier? Ja, wenn auch im Kampf. Das kann noch gar nicht sein. Das kann schon sein. Komm, renn einfach mal mit mir mit. Gehen wir so ein bisschen die Wallachie hier. Lauf, Forestine, lauf. Lauf, Forestine. Doch der Best weiß Bescheid. Ich bevorzuge, Oral B. Nicht Dr. Best. Wir sind draußen. So, gut. Und. Zack. Warum ist der Kletterer dann schon mal auf der rechten Seite? Keine Ahnung. Keine neue Mission. So. Abgeschlossen. Und jetzt? Hauptmission. Hab ich. Hä? Moment. Betritt das FOA Labor mit von Ulmers Schlüsselkarte. Wo ist das FOA Labor? Ah. Ich hab nur noch hinter dem Vorhang. Ja, okay. Na, siehst du. Was hab ich dir gesagt? So. Ab zu Hermelin. Hä? Hermelin? Mhm. Aber die ist ja in Nähe vom, vom, vom Dings. Ähm. Ähm. Ja. So, findet ihr den Ausgang. Wer den findet, darf und behalten. Jetzt müsste beides rausgehen. Ich glaube aber hier ist, hier ist geiler. Jep. Siehs doch. So, wo geht's hier lang? Alright. Ja, kurzes Gefecht und danach abzureffen nix. Bom, 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 bom. Okay, ich biege immer rechts ab. Bin bei der 2 hinterher. Oh, perfekt abgekürzt. Naja, fast. Äh, lass mich hoch. Kommst du dich hoch. Es ist die Kini, es ist echt mal wieder zu rennen. Also, jetzt mal ohne Scheiß. Äh, da steht halt irgendwie nicht, warum du schneller rennen kannst, wie ich. Keine Ahnung. Oder noch was? Kann ich die Effektive auch nicht beantworten. Auch, dass es nur ein paar Runis gewesen ist, die vorbei gerannt sind. Das bin mal schnell geschoren. Das ist alles schick. Bist du eigentlich hochenten. Punkt Stripp. Ab zur 2. G.Stripp. Oh. Baum im Weg. Ja, wir sind am Start. Hm? Wir sind am Start, wir sind auf der Anlage. Ich sehe auch schon das Ziel. Unter mir ist schon der, der Punkt für die, Dings. Ich glaube, ich habe gerade Alarm gemacht. Ach, geht es da hinten auch runter? Gut. Uiui. Kommt man hier auch irgendwo rein? Ich habe keinen Schwimmer. Ich kenne nur den Eingang hier vorne. Ich weiß es nicht. Ich gucke einfach mal. Ich glaube, bei mir geht es vorne nur. Nein. Wir werden sehen. Komm mal, die hinterher. Nee, nee, geh ruhig mal. Geh ruhig mal alleine rein. Das passt schon. Betreffend ist einfach am Eingang. Da. Da. Okay. Kuckuck! Ich hab dich schon gekommen sehen. Ich geh mal dir einen integrierten Warhack, weißt du ja. Äh, scheiße Baum im Weg. Äh, geh doch mal aus dem Weg, du blöder Baum. Ja, das ist Hardcore gestrippt. Ganz seltene Sorte. Was ist denn kein Empfangskomitee hier? Was ist denn da los? Du hast mich kreiert? Hm, nicht wirklich. Naja, es geht ja eher um den Bedarf und Need. Dass diese Welt so geworden ist, weil er so ist, wie sie ist. Wir können doch mal unseren Glitch machen. Heh, ich setz mal ein Funkgerät. Oder willst du? Mir egal. Kann auch eins setzen. Abgesetzt. Mach auf, oder es knallt. So. Warte mal, bevor wir eine Sitzung halten. Ah ja, bevor wir einen Zulabern, das noch mal eine Runde abzeilen. Und dann aber den kannst du abspülen. So, wir kommen doch eh eh nicht mehr rein. Offiziell. Ach, der darf ich mich schon wieder zu, ey. Ach, ja, Halskettchen Silber. Das braucht das Land. Haben Sie einen Termin? Nö. Ach, nix. Ach, das war der Besprechungsraum. Da war auch nix drin. Doch, 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 doch. Natürlich war hier was drin. Was? War? Das ist ein Trick. Muss ich hier aufs Sofa hinstellen. Zielen. Siehst du? In einer Reihe alle Kaffeetasse weggemacht. Ich glaub, das war das letzte Mal mein Lieblingsbeschäftigung. Guck. Auch geil, hier klitscht ein Rucksack in der Wand. Oh, das ist nice. Das ist der Klitschi Rucksack. Hm, ist gerade hier die Seife drin. Aber haupte mal eine Jeansjacke. In blau. Warte mal, haben wir hier noch was? Warum so geil ist denn hier so ein elektronisches... Wer ist denn der? Weil hier ein Tresor ist. Doktors von Ulmer. Okay. Na? Sieht gut aus, was du da machst. Gefällt dir direkt. Ich find's richtig gut, ey. Summe ist... Da war jetzt weh. Hallöchen. Ähm. Kann ich euch mal ganz, ganz kurz ziehen? Ja, gerne. Alles klar. Den ersten Augenblick... Tschüss. Oh, bitteschön, sie haben ihr eigenen Channel. Huch, was, wie, wo? Ich kann grad nicht scrollen, warte mal. Wir sind grad am Ende. Der Typ labert uns jetzt noch mal zum zweiten Mal zu und dann ist gut. Und sonst, ich selbst wieder auf so. So wird ganz gut. Schön. Ist Chris noch oben? Bitte? Ist Chris noch oben? Äh, Chris ist noch oben, ja, ja. Okay. Ich werde auch gleich wieder hoch schnallen. Alles klar. Und habt euch nur mal schnell den Raum erstellt, damit ihr nicht auf den Tisch ein... Vielen Dank. Mille grazie, Signore. Können ja gleich nochmal quatschen. Gerne. Ich kann dir ja schreiben, wenn er raus ist. Okay. Aber wir machen aber nicht mal zu lange. Alles klar. Kannst ja trotzdem nochmal zum Schluss sagen, hochkommen. Mach ich. Okay, dann. Bittene. Tschüss. Viel Spaß, viel Erfolg. Ja, danke. Der Erfolg ist ja bereits safe. Alles klar, dann. Und du kannst dich nach? Ja. Nee, nicht du kannst. Du kannst dich unbedingt weg sind, dass du hier bist. Und du kannst dich mit dir kommen. Ich verstehe deinen Schulkern. Ich verstehe dich mit mir, und du kannst dich mit dir kommen. Und du kannst dich mit dir nachschlag. Und du hast ihn. Du hast dich mit dir versucht. Und du hast dich mit mir. ach so okay ach so jetzt müssen wir verschwinden kommen das letzte mal nicht gemacht können wir gar nicht auch doch jetzt auf die tür sagt und raus wo war es noch mal da geht's hoch es ist tatsächlich das letzte mal nicht gesehen habe einiger und schutz war raus teleportiert eberspringe mit dem abspann den will ich auch nicht so sagt direkt wieder rein brauchen muss ein funkgerät achten im krampf wer krampft moment da sind textilien drin die brauche ich sag mal sind mein funkgerät nicht auf der karte oder bin ich gerade etwas falsch gewickelt ist eben nicht auf der karte ich glaube es ist die kate oder du hättest setzen müssen keine ahnung ich sehe es was okay dazu mal reinworfen und kannst mir noch ein funkgerät holen ist wirklich nicht das heißt aber schnell reise nicht verfügbar ach so ja weil wir sind überhaupt gar nicht ja kommt dann also missionen alle voll sehr schön außer halt die mission aber diese mir lade du müsstest du müsstest jetzt eigentlich noch mal ein wochen können ob man bitte reinsetzt man funki bei mir heißt es leider noch im kampf ja ich komme zu dich kommst du mich gepflegt zu paris wir bekommen besuch nur der bleibt nicht lange und 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 immer noch wo sind dann noch einer ich habe ungefähr die position jetzt aber na komm da schon kampf gewonnen aus kampf geflohen von mir aus ich bin immer noch im kampf verdammt dacke aber auch das war voll der kämpfe meine frisse doch dann bloß funke noch ein kampf auch man ja dann auch noch mal ein bisschen das kampf geflohen endlich so schuss mach dir ein super seilchen ja mein punkt ist wirklich weg habt ihr eine funke gesetzt abgesperrt schlüssel erforderlich warte papa kommt aber ich verstehe es nicht warum kannst du und ich nicht ich habe keine ahnung was wir die künstler damit sagen wollte so sieht das also von hinten aus wenn die texturen einfach mal von hinten nicht ausgefüllt sind hast du es gesehen komm mal bei von vorne verschüttet und hinten löchrig es ist nur anseitig texturiert also natürlich aus guten grund wegen performance gründen und so aber was mich ehrlich gesagt gerade ein bisschen irritiert ist das letzte mal hatten wir viel viel mehr staub da hat man die ganze die ganze hütte gebebt und seine grafikkarte hat gesagt nein ja ich bin gerade geklitscht möchte wieder raus ich glaube das ding macht jetzt experimente mit mir ich könnte eine handgranate zur verfügung stellen ich habe auch ein raketenwerfer ohne scheiß über das dacke ist aber heute nicht hartnäckig und leute sich auch mal zweites ich komme hier nicht raus abgesperrt schlüssel erforderlich ich lasse ich jetzt da drin ich zeig dir mal ein bisschen mein raketenwerfer durch die tür ich habe keine ahnung aber deine mission muss jetzt alle erledigt sein ne ja ja hauptmäßige unsinn alle durch das reicht so nebenmission hast du auch noch ja wieso bin ich gerade nicht gestorben keine ahnung ich habe gerade gefühlt kein leben verloren das ist ja lustig das geburt ist nicht ganz bugfrei warte mal okay das war ja das funktioniert schon ziemlich gut das passiert nicht wirklich viel das ist ja auch so mal dazu sagen asbest zehn jahren garantie okay dann würde ich sagen herzlichen glückwunsch zum abschließen der mission in der mission die kann ich so immer mal noch machen wenn ich mal irgendwann bock ab all right bia schwein ab und ab ab